The World of Walk on Air, die einzigartige Erlebnisproduktion von Kibun. Hier in den Wald können Besucher mehr über ihren Körper und ihre Gesundheit erfahren. Ausgerüstet mit dem Audioguide kann man sich wissenswärts erklären lassen. Das Wichtigste dabei, ein paar Kibut zum Reinschliffen, um den weichen, elastischen Schuh selber zu erleben. Jetzt am Kibut kommt mir komplett neu ins Gefühl und ich bin sehr überrascht. Sensationell, man wurde hier direkt geführt und war sehr interessant. Und in diesem Kibutschuh fühle ich mich jetzt schon wohl. Ich finde es sehr interessant, die Versuchsstrecke mit den Füssen, die man spürt. Im Gesundheitsparcours mit rund 30 Bösten lernen Besucher viel über die tiefe Muskulatur und Faszien. Die Übungen und Selbstversuche wirken sich sofort positiv aus. Ich fühle mich eher leicht und es ist gut zum Abrollen und zum Laufen. Am Anfang fühlte ich mich sehr unsicher vom Gleichgewicht her. Und jetzt geht es recht gut. Ich habe auch weniger Schmerzen. Die Sollen ist anders. Das macht mich weniger Mühe. Es ist schön zu laufen. Es ist wie wenn man mit den Füssen unterwegs wäre. Auf dem Rundgang durch die Kibut Manufaktur schauen Besucher ins Herzstück der Erlebnisproduktion. Hier zeigen sich die Arbeitsschritte. Von der Sollen bis zum fertigen Schuh. Vor allem, dass man es anhat, während man sieht wie es produziert wird, finde ich sehr interessant und faszinierend. Man hat sehr viele Möglichkeiten, um an verschiedenen Stationen Sachen zu erfahren. Das Gefühl vom Laufen wie auf Wolken bietet auch die Mathe Keybounder und das Laufband den Keytrainer. Es war spannend. Die Geschwindigkeitswechsel haben mich sehr herausgefordert. Die Balance zu finden, das richtige Abrollen zu finden. Natürlich mit all dem, was wir hier noch gehört haben. Über die Faszien und alles. Ich bin echt beeindruckt. Spannend. Die World of Walk on Air macht die Schweiz zum Gesundheitsland. Nebst Uhren, Schokolade und Sackmesser glauben wir, dass auch der Kibut ein Markenzeichen für unser Land wird. Im Kibut-Shop können Besucher dann ihren passenden Luftküssenschuh aussuchen und direkt aus der Manufaktur mit Hause nehmen. Wir waren jetzt mit der ganzen Mannschaft auf der Erlebnisproduktion. Wir haben auch alle einen bekommen. Ich habe jetzt einen Wanderschuh genommen. Ich war jetzt auch schon drei, vier Mal mit dem Wandern und es war wirklich ein angenehmes Erlebnis. Wir sind sicher nicht das letzte Mal hier. Wir werden mit Freunden und Geschäftspartner auch kommen. Weil so etwas ist wirklich für die Region einmalig. Die World of Walk on Air. Der Ort, wo man ins Geheimnis rund um den eigenen Körper eintauchen kann und sofort spürt, wie sich etwas verändert. Der Besuch kann vielen Schmerzpatienten ein völlig neues Lebensgefühl vermitteln und Beschwerden vermindern. Und dann hat sich zwei Personen angebracht. Vielen Dank.